Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 6. Ja, wir müssen hier aus dem Gefängnis erstmal raus. So, einigermaßen komfortabel. Hast du eigentlich alles drin, was du brauchst. Bett, Klo. Dann passt das ja schon. So, einigermaßen komfortabel. Na guck mal, auch Sherry weiß nicht zu helfen. Ja, mal schauen. So, gute Nacht. So, dann lassen wir kurz ein bisschen Deck um hier gehen. Naja, ich brauche wieder ein bisschen Ausdauer. Ausdauer. Regenerier schneller. Glücklicherweise können wir sie auch so ein bisschen zurückziehen. Das dauert mir alles zu lang mit dieser Ausdauer. Das sollte, wenn wir hier so viele Gegner deutlich schneller regenerieren. Bitte. Spiel. So kann man sich halt nicht wirklich wehren. Ah, jetzt. Er hat mich halt viel zu viel Leben gekostet. So, mal loslassen, bitte. So. Laufen wir jetzt nochmal. Ja, also das Ausdauer ist zu schnell weg hier. Das ist unschön. Das wäre wesentlich cool, wenn man sich halt einfach gemütlich hier durchkämpfen könnte. So muss man sich immer wieder zurückziehen. Oder halt Schaden kassieren. Aber ist jetzt ja nur noch einer. Von daher sollte das jetzt eigentlich kein Problem sein. Ich meine, beim Rest macht es eigentlich Sinn. Da hat diese Nahrgrafabgriffe doch ziemlich stark. Sonst wird die einigermaßen begrenzt. Aber wie gesagt, die hat man dann halt meinetwegen unendlich Ausdauer geben können oder so. Wir haben hier sonst nix. Aber wir haben sonst nix. Da sehe ich auch kein Inventar. Alles klar. Sehr auffällig. Ich glaube, es ist ein Service. Hier können wir die vielleicht nochmal aufhalten können. Das zum Beispiel. Obwohl das eigentlich kein Problem sein sollte, da hochzuspringen, oder? Denke ich doch mal. Gut. Ist geschafft. Mal ab nach oben. Da kommen wir erstmal nicht durch. Nummer eins. Gut. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Oh. 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 Was ich da? Ist noch jemand? Oh. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. So, bitteschön. Gut, dann haben wir uns hier das Dings. Stellen wir das mal um. Einmal. Und zweimal. Sehr schön. Gut, dann gucken wir, ob wir das aufschließen können. Also zu Sherry aufschließen. Tür haben wir ja gerade aufgeschlossen. Das passt mal fürs Erste, denke ich. Jake! Jake! Where are we? China. Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. Ich bin da, ich bin da, dass ich da bin, guiney-pig. Was haben sie mit dir gemacht? Plenty. Sie sagten was, um meine Antibody zu nutzen, um den C-Virus zu erhöhen. Oh, nein. Was haben sie noch gesagt? Sie wissen, was von Albert Wesker? Was? Ich nehme das als ein yes. Sie haben über ihn gesprochen. A lot. Ich glaube, er hat ein Antibody, der kann aus dem Virus zu lösen. Ich glaube, er hat ihn verletzt, um ihn zu verletzten. Er hat ihn für eine Erreignung. Und dann hat er sich in einem solchen Monster zu verletzten. In unserer Sicht, der Herr Vater war nur ein totes Beter, hat uns nicht mehr geblieben. Nein, nein, nein. Er war eigentlich ein freakend nutjob, der fast verletzt hat den Welt. Ihr Vater'e actions haben nichts zu tun mit dir. Ja, aber sein Blut macht. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich meine, komm mal. Du denkst wirklich, dass Crazy nicht in der Familie geht? Dass nichts von meinem Vater mein Vater nicht auf mich geöffnet hat? Du solltest alle Leute wissen, dass das wahr ist. Ich sage nur... Der Mann, den ich bin... ... die Dinge, die ich habe getan... ...at least alles macht ein bisschen mehr Sinn. Was? Du kannst dein Vater verraten, was du willst. Aber bei einem Moment... ... du musst die Verantwortung für deine eigenen Aktionen. Ich muss meine Superioren wissen, ich bin okay. Aber erstens brauchen wir einen Weg, um sie zu kontaktieren. Zwei Schuss. Ist nicht so wunderlich viel, aber gut. Müssen wir erstmal mit auskommen. Ein Schuss? Welchen Schuss hast du eigentlich? Ich könnte das vielleicht mal ein bisschen besser auslösen. So wie der Nahkampf ist krabbeln aus der Natur. Nicht das wahre hier. Ich habe keine Munition! Bann sí! Dafür nuclear dein possess Отật! ... ... Ich komme runter aus. Ja, eindeutig zu mir die Munition. Hier müsste doch noch ein Abzeichen sein, wenn mir alles falsch ist. So, das war nicht schön. Irgendeine Medaille, wie es scheint. Ist nachgeladen, so weit. Ach, das war eventuell noch eins höher. Obwohl, nö, das sieht aus, wäre das hier. Vielleicht gibt es oben auch nochmal was. Ne, das ist... Dann würde ich gerne ganz, ganz viel Munition haben jetzt. Langsam wird es nötig. Das ist ja nicht die ganze Zeit schon nötig. So, vielen Dank. Wir haben ja schon mal die zwei Schlangenabzeichen mitgenommen. So, das Nächste. Links haben wir hier noch ein bisschen was an Gegnern. Warte mal. Ah ne, das sind leider keine verstörbaren Sachen, so wie es aussieht. Okay. Das war's dann hier wieder mit der Munition. Das war's du. Achso, du gehst da in Deckung. Ähm. Sherry, du kannst auch mal schießen. Dann muss ich das nicht alles hier alleine machen. Ich hab keine Munition. Du hast ja, glaube ich, unendlich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schieß doch auf den Kopf. Ja, ich hab lange nicht mehr gespielt. Okay, ich müsste tatsächlich erstmal wieder reinkommen. Und das Spiel macht's mir gerade nicht sehr angenehm, da wieder reinzukommen. Also sprich, nicht sehr leicht, da wieder reinzukommen. So. Du gehst hier schon mal gucken? Okay. Gar nicht mal schlecht, meine Liebe. Gar nicht mal schlecht. Ich werde auch einfach hier weitergehen können. Okay. So. Damit einmal durchgeladen. Und weiter geht's. Was haben wir denn sonst noch Schönes hier? Sehr gut. So. So viel dann da zu. Okay. Gucken wir erstmal noch hier rein. So. Das fällt auch noch in die Idee gewesen, denke ich. So. Ich muss einfach mal mehr stehen bleiben und weniger Deckung nehmen. So. Gerade so. So. So, vielen Dank. Ausdauer. Oh, sechs Medaille. Und tatsächlich mal Munition gespart. Schauen wir ihn an. Gut, dann würde ich sagen, wir sammeln hier noch eine Runde auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß seit dem nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.